Musik 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 Jo, hier mal wieder ein Hallo und Herzlich Willkommen liebe Leute Es ist schon relativ früh Ich glaube es ist jetzt um um vier um fünf bin ich mich ganz. Ich bin ein Heidelbert was relativ früh aber wach Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Wir spielen einfach mal eine kleine Runde. Ich hoffe, wir wissen, dass wir nicht zu lange warten. Wir haben uns übrigens jetzt die Speedfahrer geholt, wie ihr sehen könnt ihr. Sieht mir gerade schlecht, aber egal. Oh, es geht schon los, wow. Nein, wir haben jetzt die Speedfahrer geholt und mal geflogen auch. Einfach nur geil. Extrem schnell und der Hammer. So, der Ende hat sich schon... Ich setze es in großen Anführungen geschüchelt und ein wenig beschwert. Ich meine, dass meine Stimme viel zu leicht ist. Ich weiß, ich kann es leider nicht ändern. Ich kann mein Mikrofon auf irgendeiner Art nicht auszustellen. Mich kostet es aber tierisch an. Also, ich kann jetzt die Mikrofonverschleckung noch sonst was machen. Es geht einfach nicht. Ich müsste mal versuchen, nebenbei, statt die Aufnahme mit einem normalen, sag mal, mit einen Frapp zu machen, vielleicht mit einem überragenden Programm. Das wäre vielleicht besser. Aber ansonsten kann ich das irgendwie erstmal nicht steuern und dass meine Stimme laut ist so nicht. So. Das Speedfahrer auf jeden Fall. Ich glaube, es geht jetzt. Ich habe jetzt ein dauerndes Spiel fast untergestellt, also fast aus. So. Es gibt mir erstmal eine Höhe in den Stich. Die Grafik habe ich im Spiel auch ein bisschen umgestellt. Ich habe sie ein bisschen erhöht. Mein PC schafft es ja jetzt. Zumindest ist es auch ein bisschen so. So. Wir gucken gleich mal. Haben die Bombe. Die haben eine U87, eine A2, eine Buford und eine U88. Die haben wir bei den U88, weil das weiß ich, dass diese über 20, ähm, 50 Kilobomben hat im Sinn noch gut ist, kann man da mit einem Buford und Zielprogramm ausschalten. Wir haben noch 38 Buford und Zieler, also das sollte ich bestimmt in die Geschrankheiten und die U88 suchen. So. Und der wird definitiv ein Buford bekommen. Der wird die Buford und Zieler ausschalten. Das heißt, da muss ich schon die Verschrift nehmen. Angreifen. Nicht vergessen. Ihr muss immer von oben angreifen. Macht ihr das nicht, äh, fliegt ihr eigentlich zum Steuerverderb. Ja. Das ist eigentlich schon so. Wir können nicht von oben angreifen. So. Da ist die U87, da ist die A2. Muss jetzt in der U88 sein. Sehen tuschen aber gerade nicht. Vielleicht bin ich gerade nicht aufgelocken. Ach, da ist es doch. So. Dann machen wir mal. Die U88, äh, schieß gerade. Der ist tot. Ich weiß gerade so was. Wo ist erstmal die U88? Nee, erstmal die U88 ist jetzt mal gefährlich. Und die hat jetzt schon bereits vier Bodensäte zerstört. Gut. Das ist die Masse des Problems. Das sind ganz viele jetzt. So. U88, scheiße. Sa. Du autorbauer machen. Erstmal da rüberfliegen. Da müsste er jetzt gerade nachladen. Der schießt ja nicht. 436, okay, ich muss das mal jetzt. So, die Geschwindigkeit auf 100 %. So, attacka. So, du kannst mir auch. So, und an die Höhe gewinnen. So, dann gucken wir vielleicht mal, die Jäger halt klapp machen. Ja, die könnten dann ein zweites Problem werden für mich. Und dann kommen wir da unten. Das ist eigentlich gerade ziemlich gefährlich, was ich schon mache. Eigentlich dumm. Das ist aber schon gefährlich, sondern dumm. So, E2. Oh, ich hab mich gut aus. Oh, das ist zu viel. Ne, das war schon für mich. Und zwar, ich hab mich schon durch die Aktion. Ja. Das war's. Für mich. Ich werde das noch versuchen, soweit ich schon kommen kann. Dann kann ich den noch krallen. Nein, das weiß ich nicht. Ja, das war's. Ich kann jetzt nur versuchen, verzweifelt mich noch nicht so recht zu fliegen. Und hoffen, dass sie mich nicht treffen. Vielleicht auch noch ein bisschen der Bäume fliegen. Und dass sie mich treffen, wapp. Noll. Ja, du hast auch gefehlt. So, wir hatten erstmal die Grafikeeinstellung ein bisschen... Verdammt, jetzt geht's kann man doch nicht. Hallo. Grafikeeinstellung ein bisschen anders machen. Hier ist ein bisschen blöd. Ähm. So, ich hab' den Mk2 in den Mk2 in den Mk2 in den Mk2 in den Mk1 als Mikrofon. Und das ist gut, dass man die Mk2 in den Mk2 in den Mk2 in den Mk3 in den K3 in den Mk2 in den Mk2 in den X2 . So, die U88, das lebt ihr doch. Ach, ihr lebt doch, das ist schlecht. So... Reki, du nervst. Reclamation ist gerade öse am Klappern am Schleuder, der kommt gerade auf die Stelle. So, dass du jetzt zwei dich vorhin angeschissen hast. Und ansonsten ist er eigentlich... Wo ist die U88? Wo ist der Teufel? Reki 3. Hurricane. So, ich bin U88. U83. P36. Ja, was greift man jetzt an, das ist blöde. Ich würde sagen, gehen wir mal auf die P36 schauen. Der ist gerade einzeln. Der ist gerade einzeln gegangen. Oder... Der alleine? Ja. Okay, das ist gut. Das kommt daher aus. So, mein Freund. Das stimmt. Du hast gerade total gefehlt. Ich hab gerade den Piloten, außer... Ah, Scheiße. Sie hat jetzt angerufen. Ich hab gerade den Piloten, außer... Was ist das denn jetzt? Ich hab gerade jetzt so etwas'm 돈ig gemacht. Ich hab gerade den Piloten, außer... aus dem das ja ich bin ja ich bin ja du hast es geschafft nein ich lebe dich aus für aus gut herrlichen Mk1 hast du gut gemacht Kriegsen, Kriegsen, Kriegsen sagt man keiner irgendwas Kriegsen ja man kann auch mal verkacken ja so Fury Mk1 Hurrikan Mk1 der so auf Scheisse ich kann auch ja das war's eigentlich schon die haben wir keine Gubelkünfte mit der noch versuchen ja fuck kacke ja ich bin einfach noch früh viel zu früh aufgestanden das ist das Problem ja ich meine ich komme nicht von Kraft und Arbeit was ich also kann ich schon gar nicht so gut sagen das kann ich gar nicht so gut sagen so so wo es sich aus ist sind ja keine Jäger mehr dann ach scheisse fuck da ist ein Hurrikan 3 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 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 5 5 5 6 5 7 7 7 8 8 10